Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Ich stehe immer noch vor der versteinerten Tür, die eigentlich mal offen war, aber jetzt anscheinend ziemlich zu ist. Ich meine, ich bin vielleicht dämlich, aber hier ist meiner Meinung nach ein Durchgang, wo ich davor stehe. Naja, wird wohl seine Gründe haben, warum der zu ist. Dann werde ich halt wieder den ganzen Weg zurück müssen. Naja. Hätte ich Offscreen machen können, aber ich habe mich dagegen geschlossen. Einfach nur, weil ich größere Sprünge vermeiden möchte. Das macht das Ganze so ein bisschen unzusammengesetzt. Es kann natürlich auch sein, dass das hier irgendwo ist, aber dann wäre das, glaube ich, auf der Karte angezeigt. So einfach das auch ist. Ich meine, das nimmt wirklich den Rollenspielcharakter irgendwie aus Spielen, wenn angezeigt wird, wo jetzt das Item ist, was man sucht, das nimmt einem ja den ganzen Spaß am Suchen eigentlich, aber... Naja. Es ist halt der Geist der Zeit, ne? Die Spieleentwickler programmieren auch nur das, was die Masse an Menschen halt will. Ich guck mal nach da oben. Vielleicht ist da oben irgendwas. Finde ich, ist auf jeden Fall da ein Ausgang. Na, oder ein Eingang. Ne, ein Ausgang. Wer weiß. Ich wusste es nicht. Obwohl ich da schon mal stand und mich gewundert habe, was das sein soll. Da habe ich mich, glaube ich, über die versperrte Mine gewundert. Mensch, Artikulation ist heute echt schwierig. Wird wohl daran liegen, dass ich heute ausnahmsweise mal noch bei Tageslicht aufnehme. Ist ja gar nicht so meine Zeit. Das Wetter ist wunderbar. Also, nicht nur Real Life echt scheiße, sondern auch In-Game. Hat Ähnlichkeiten. Ja. Die Aufgabe des Kräuterkundigen kann ich irgendwie nicht erfüllen. Habe ich nix gesehen da. Aber ich gehe mal eben zurück zu Gemlins Haus. Aus zwei Gründen. Erstens, ich will Evelyn abschieben. Und zweitens, ich will genau meine Verletzung geheilt haben. Ich hätte natürlich auch irgendeinen Heilungsgebestand dafür benutzen können. Da bin ich gerade zu geizig für. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na, dann gehen wir uns mal in die verwundete Küste. Da soll ja einiges los sein. Wir suchen immer noch den Sohn des Vikorn. Und wir suchen noch die Kunari. Und einiges mehr. Also, Elf, das, was ihr da mit eurer Hand macht. Bereits jetzt ist klar, dass das Gespräch keinen angenehmen Verlauf nehmen wird. Nee. Ich werde das erleichterte Taschenliebstahl ungemein. Ich werde es mal versuchen und herausfinden. Oh, was für ein Ausblick. Oh, was für ein Ausblick. Ja. Während die zwei Kerle sich über das gegenseitige Taschen erleichtern unterhalten, denkt sich die Quotenfrau einfach nur... Oh, Sentimentalität. Das sind übrigens Kunari. Ich weiß nicht, ob man das richtig gut erkennen kann, wie die aussehen. Das sind halt Menschen, die scheinen auch noch Förder zu haben. Relativ starke, stark gebaute Leute halt. Aber auch ihr starker Körperbau hilft ihnen hier nicht viel. Und in Gesprächen mit ihnen sind sie meistens ziemlich seltsam. Es gibt schon viele Leitnamen liegen hier auf dem Weg rum. Die Dalish-Meuchel-Mörder. Kennt ihr überhaupt ihren Namen, Shem? Nein, er lautet Denaila. Sie ist tot. Und ihr habt sie getötet. Hm. Mal schauen, was hier so abgeht. Ich bin kein Werwolf. Wie oft soll ich euch das denn noch sagen? Ihr seid verrückt! Jeden! Hilfe! Diese verrückte Elfen will mich töten! Ja, kurze Hintergrunderklärung. Die größte Angst, die die Dalish-Elfen haben auf der Welt, das sind Wehrwölfe. Denn es gab da mal auch im ersten Teil einen Fluch, dem die Dalish-Elfen immer wieder erliegen. Die Menschen in Wehrwölfe wandelt hat. Und wenn diese Menschen auch Dalish beißen, dann verwandeln sich die Dalish ebenfalls in Wehrwölfe. Das ist immer so ein Hin und Her, wer ist hier schuld. Und eigentlich hat man die Sache, glaube ich, zumindest für Ferelden im ersten Teil geklärt. Aber vielleicht gibt es hier ja noch einen Fluch, den man beseitigen muss. Ihr denkt, er ist ein Wehrwolf? Er sieht nicht aus wie ein Wehrwolf, Dalish. Er scheint harmlos zu sein. Er verwirkt sich in menschlicher Gestalt! Lasst euch von ihm nicht täuschen! Bitte! Sie macht mir Angst! Ja, lasst ihn gehen. Ihr habt den falschen Mann. Ihr setzt euch für ihn ein? Nun gut, dann werdet ihr auch für ihn sterben! Ach, nö. Das muss doch nicht sein, oder? Hätten wir das nicht friedlich lösen können. Naja, die Dales vielleicht nicht, aber ihr werdet untergehen. Wie man schön sieht, Fenris kann ebenfalls wunderbar die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen. Außer der eine, der ist ein bisschen... Ach, äh, ja. Sie war verrückt. Vollkommen wahnsinnig. Ich danke euch. Sie hätte mich umgebracht. Ja. Hätte sie. Wahrscheinlich. So wie die die Werbe befürchten, ist das wohl... Aber ich... Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kommt, dass er ein Wehrwolf sein könnte. Ich meine, vielleicht muss ich mich später eines Besseren belehren lassen und sehen, dass er wirklich ein Wehrwolf ist, aber... Ja. Das würde mich höchstens erfreuen. Das wäre ja nur ein Kampf mehr, den ich wahrscheinlich gewinnen würde. Strikt. Also wie gesagt, das was... Dafür, dass Fenris nicht so viel aushält, teilt er allerdings umso mehr aus. Er steckt weniger ein, teilt dafür mehr aus. Ergo erzeugt er mehr... Ja, Bedrohung beim Gegner. Was mir den Vorteil verschafft, dass ich mehr Bedrohung beim Gegner erzeugen kann. Also mehr Schaden machen kann. Und schon gibt es auf der Welt einen Kunari weniger. Das war einfacher, als ich gedacht hätte. Ah, die Auftrags... Ruft die Männer zurück. Der Winters. Wir haben eine Verabredung mit dem Bicomt. Ist doch so, nicht wahr, Seamus? Ach, das ist er. Ach, das ist er. Ihr habt ihn getötet. Ihr, ihr Verschiedenschlampe. Aha. Ist das eines ihrer Worte? Seht ihr? Und genau deshalb muss man euch nach Hause schleifen. Ihr mögt diese Dinger viel zu gerne. Und ich wette, ihr seid sogar noch viel weitergegangen. Ist es nicht so, Bengel? Sie bezeichnet die Kunari also als Dinge. Wie war das? Ich glaube, ich habe schon angekündigt, dass ich sie töten muss oder mit ihr diskutieren werde, wer hier das Kopfgeld bekommt. Was ist hier los? Das ist ein wenig grob für eine Rettung. Meint ihr nicht? Oh, wir bekommen Konkurrenz? Ich bedauere, aber ihr kommt zu spät. Die Winters haben... Ich habe bereits Anspruch auf ihn erhoben. Ich gehe zurück, wenn es sein muss, aber ich lasse nicht zu, dass diese Mörder belohnt werden. Verwöhntes Blark! Ich schneide euch die Zunge raus und verlange eine Zulage dafür, dass ich euch stumm zurückbeite. Und was euch getrifft, ich hätte nichts gegen ein wenig Unterhaltung einzuwenden, solange wir auf die anderen warten. Äh, ne. Ja, gut. Unterhaltung kannst du haben. Ja, hat ja nicht sehr viel ausgehalten, die Frau. Erst große Sprüche reißen und dann... Miststück sind wir los, aber... Sie hat gesagt, sie wartet noch auf andere. Auf jede Menge andere. Ja, sollen sie ruhig kommen. Nun, dann sollten wir uns vielleicht lieber bereit machen. Räumt das Lager auf, dann bereiten wir eine angemessene Begrüßung für sie vor. Genau, erstmal sauber machen. Da kommen sie auch schon. Sind ja auch keine allzu große Bedrohung, die Jungs hier. Nö, geht ziemlich locker. Oh, noch ein Meuchel, mörder. Ah, da rum steht da einer. Oder zwei sogar. Äh, egal. Bei Andraste, ich habe noch nie zuvor so viele Leichen gesehen. All dieses Blut. Hm, ich war ziemlich gründlich, nicht wahr? Äh, ihr schlagt euch gut. Hat der mitgekämmt? Ich hab den gar nicht gesehen. Ähm, ja, reißt euch zusammen. Hebt euch euer Gejammer für später auf. Es ist vielleicht noch nicht vorbei. Ja, schön, dass noch mehr kommen. Das heißt, einfach nur mehr Erfahrungsbote. Na, will noch jemand? Da kommen noch mehr. Ja, genau. Immer schön mitzählen bei dem Zwerg. Äh, nicht zwei auf einen hier. Ja, ein Zeichen. Ach, der ist der Kommandant. Gewesen. Der ist nämlich jetzt auch tot. Oh, ich habe einen erwischt. Ach, der hat niemals gelogen. Niemals jemandem etwas vorgemacht. Entweder man war seine Zeit wert oder eben nicht. Sie sind nicht die Tiere, die andere in ihnen sehen. Bringt mich zu meinem Vater, dann werde ich versuchen, ihn davon zu überzeugen. Also ganz im Gegenteil. Kunari sind alles andere als Tiere. Die haben da ziemlich, äh, strukturierte und für uns etwas seltsam erscheinende, aber sehr gehobene Kultur. Ihr kanntet den Kunari schon vorher? Das war offensichtlich nicht eure erste Begegnung mit diesem Aschad. Ich bin ihm kurz nach ihrem Schiffbruch begegnet. Ich war mal wieder fortgelaufen, um der Feste und meinem Vater zu entfliehen. Aschad sollte die Küste absuchen, um eine Antwort für den Arishok zu finden. Ich war so voller Zweifel. Die Kunari hingegen zweifeln niemals. Ähm, ja. Er ist dennoch ein seltsamer Freund. Mir war nicht bewusst, dass die Kunari mit anderen Freundschaft schließen. Das ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Ich bin der Sohn des Vikond, gebunden an all das, was diese Stellung mit sich bringt. Aschad jedoch hat das nie gekümmert. Wir waren beide auf der Suche nach etwas. Mehr war nicht von Belang. Ja, Vorurteilsfreiheit kann schön sein. Auch in sich gehobener Stellung wie seiner. Wollt ihr Aschad bestatten? Haben wir dafür Zeit? Auf jeden Fall. Ich muss zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, wie man mit einem toten Kunari angemessen verfährt. Der Körper ist nicht länger er und bedarf somit auch keiner besonderen Behandlung. Stimmt. Das ist der Weg, dem sie allem Anschein nachfolgen. Sollten seine Leute davon erfahren? Sie werden es wissen. Ob sie sich allerdings dazu herablassen, es auch zur Kenntnis zu nehmen, kann ich nicht sagen. Es gab vieles, was ich an Aschad nicht verstanden habe. Aber er war es wert, es immer wieder zu versuchen. Aber soviel ich von den Kunari weiß, ist für die der Tod so lange nicht sinnlos, solange sie im Kampf oder für eine Sache gestorben sind. Was er ja irgendwie ist. Ob die Sache für die Kunari allerdings wertvoll ist oder dass diesen Tod wert war, das wird sich zeigen. Und ich beende die Folge hier. Bis zur nächsten Folge.